Wie oft wird jeden Tag auf der Welt gefögelt und wie sieht es eigentlich bei den Rentnern aus? Die Antworten und noch mehr jetzt in diesem Video. Platz 14 Über 25% aller Pärchen, die über 75 Jahre alt sind, sind immer noch sexuell aktiv. Oh yeah. Nummer 13 Wenn du 30 Minuten Sex hast, verbrennst du rund 200 Kalorien. Also, wer vor dem Sex ein dickes Eis gegessen hat, kann ruhig nochmal eine Ehrenrunde drehen. Nummer 12 Die Griechen sind die Nationalität, die den meisten Sex hat. Platz 11 Eine Studie von 2014 zeigt, dass Frauen ihre Stimme so verstellen können, dass sie mehr sexy klingen. Männer dagegen schnitten eher schlecht bei dem Versuch ab, ihre eigene Stimme attraktiver klingen zu lassen. Platz 10 Im Jahr 2003 gab es in einem Zoo in New York ein schwules Pinguin-Pärchen, das einen Baby-Pinguin gemeinsam aufzog. Nummer 9 Jeden Tag haben die Menschen weit über 100 Millionen Mal Geschlechtsverkehr. Platz 8 Den längsten Kuss der Welt hatte 2013 ein Pärchen aus Thailand. Und zwar dauerte dieser ganze 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden. Nummer 7 Jemandem eine überzeugende Lüge zu erzählen, ist schwieriger, wenn man ihn sexuell attraktiv findet. Also, lieber ehrlich bleiben Leute, sonst versämmelt ihr es nur. Nummer 6 Der durchschnittliche Penis ist zwischen 8,9 cm und 9,4 cm groß. Und im erregten Zustand zwischen 12,7 und 14,5. Und die Top 5 Die Schwarze Witwe, eine Spinnenart, frisst ihre Geschlechtspartner während oder nach dem Sex. Zu Spitzenzeiten kommt es schon mal vor, dass das rallige Ding bis zu 20 Liebhaber an einem Tag verspeist. Guten Appetit. Platz 4 Über die Hälfte aller Männer denken ihr Penis sei zu klein. Auf der anderen Seite sind über 85% der Frauen komplett zufrieden mit der Penisgröße ihres Partners. Also Jungs, die Angst ist unbegründet. Nummer 3 Ein gesunder Mann produziert 300 Millionen Spermien am Tag. Das entspricht ungefähr einem Teelöffel. Platz 2 Delfine und Bonobo-Affen sind neben den Menschen die einzigen Tiere, die Sex zu ihrem Vergnügen haben und nicht nur um sich fortzupflanzen. Und auf Platz 1 Ein Mensch verbringt in seinem Leben durchschnittlich 20.160 Minuten mit Küssen. Das sind 336 Stunden, 14 Tage oder 2 Wochen. Also Leute, immer schön sexy bleiben. Hier könnt ihr das Video jetzt noch gerne teilen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.